Okay, ich sollte vielleicht holen. Ach, die Frage ist, was mache ich hier genau? Okay, ich sollte das nicht sehen. Oh mein Gott. Eine Dombahn. Ja, lass mich sofort runter. Ich sollte genug verdauen. Kampfzeiten, Fräulein. Jo, und so stehe ich auch schon. Lasst falsche Hoffnung fahren. Ich vergesst was gewesen. Es ist vollbracht. Wahnsinn hält Einzug. Spinnt den Irrwitz vor. Natürlich. Was soll ich dagegen machen? Okay, wir müssen nur so gegen die Kämpfen, oder? Ich will gar nicht gegen die Kämpfen. Nein, meine kostbare Domäne. Und die Güste. Ich wollte doch nur noch eine Tee-Gesellschaft. Bitte Wutmacher, du hast es versprochen. Wo fährt dieser Zug? Was ist sein Zweck? Sag es mir, sofort. Jetzt ist keine Zeit für Öl, deine Tee, denn es ist Zeit für den Tee. Über Züge kannst du mit so viel oder mehr an die Spiegel nicht übertrieben. Kommt schon Leute, wir können trotzdem freuen. Ich habe einen schönen Adjik. Trinkt, trinkt. Meine Erinnerungen sind zerschmettert. Ich will sie zusammenfügen, aber ich glaube, dass der Zug dies verhindert. Hilf mir. Du hast es versprochen. Bitte denen, die er denen ruft, die sich selber helfen. Nur was einmal. Kernig formuliert. Er verdiente den Tod. Und ich ertrinkt gleich in Tee. Und Ignoranz. Sie ertrinkt in Tee. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich verstehe es einfach nicht mehr. Ich habe mir eine Nymfe an Land gezogen. Gelobt sein aller Heiligen. Seine Wege sind unergründlich. Was machst du mit ihr? Nehmen sie mit in die Mangled Mermaid und mit ihr Bett. Im Dunkeln lässt sie es gut rumpeln. Was macht ihr denn da? Was ganz Natürliches, Schätzchen. Für mich ganz und gar nicht. Pfoten weg. Okay. Wir sind wieder Ich glaube, wir sind in London. Ich glaube, er spielt in London. Aber ich weiß keinem, was ist nicht mehr. Hast du mich um Aschküche heute Abend? Was, Jake? Stimmt. Hätt keine Lust auf diese Brühe. Gibt's Arbeit? Heute Morgen liegen zwei Sachen an. Wenn's noch schlimmer wird, wohl doch nicht. Weiß nicht, was du meinst. Bin die Wohltätigkeit in Person. Ich darf er nix tun müssen. Sinkt denn selbst mit breit Heister und Co Was ist denn das? Heiß? Ja, stimmt Wir haben die tatsächlich Was ist bei dem da drinnen? Ah geil Da ist so ein Uhrzeitfisch drinnen Okay Ja, früher haben die tatsächlich Eis Die haben früher tatsächlich Eis Von Nordpolamia geholt Um das hier zu trinken Und die mussten das in ganz großen Stücken raus Herholen, damit Ja Die sieht super nett aus Damit hier was Überhaupt noch was ankam Okay Ich kann nicht kämpfen Ich kann nichts Ich kann nicht da rein So eine ungeschliffene Schnecke magst bestimmt auch ungeschliffen Ein attraktives Angebot, aber ich bin verabredet mit einem anderen Mann Mädchen, muss es denn wirklich die harte Tour sein? Der Doktor meinte, ich hätte diese schreckliche Krankheit Die schreckliche Krankheit namens der Verlisten Äh, ein paar Link sich abwenden, die hier mal das Verhältnis so schwer bekommen zu haben Angst und Scham sind in einem Verzweifel in der Farbe Das ist der Fiss Naja Wo ist mein Geld, du dreckiger Mistkerl? Schick diese fetterschigen Schlampen auf die Straße oder dein Hirn bekommt Frischlurch Verpiss dich, du Schwanzlurch An Long Tim kommst du nie vorbei Ich krieg, was du und deine Flittchen mir schulden, du Twitter-Hexe Wirst schon sehen Wie du vielleicht bemerkt hast, näss ich mich deswegen nicht gerade ein Alice Liddle Was ne nette Abwechslung Beweg dein derangiertes Selbst die Treppe rauf Was ist denn mit dem los? Okay, die haben alle wohl zu viel getrunken. Und das Klavier spielt ohne irgendjemanden. Äh. Hm. Schau bitte ab, wenn du mir nicht gibst, was mir zusteht. Verschwinde, sie hat nichts getan. Sie hat meine Gefühle verletzt. Auch nicht schon wieder Feuer. Jetzt gehen wir wieder ins Wunderland. Aber ich möchte vorher, ich möchte vorher wissen, ob die da rauskommen. Ja, tu nicht, gehen wir wieder ins Wunderland. Okay. 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 Das ist komplett leicht verrückt. Ich war immer noch die gleichen Hormste. Okay. Oh, scheiße. Aua. 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 Okay. Okay. Ähm. Ja. Das wird... Boah, ist ekelhaft. Immer verrückter. Ähm. Ich höre eine Nase. Ha-ha. Ja. Ja. Okay, ich bekomme jetzt irgendwie Gänsehaut. Was?